Musik Was ist der Fresser drin? Bitte? Was ist der Fresser drin? Das interessiert ihn gar nicht, der will einfach nur alles kaputt machen. Wow! Das ist das Fleisch. Okay. Jetzt, ich schaff's! Die Papageien, die dermaßen verspielt sind? Oder ist das so kehrt? Nee, es ist typisch die Kehr. Also, Papageien allgemein sind schon sehr neugierig. Und wenn man denen ja so Spielzeug reinkommt, dann spielen die schon auch alle damit um. Aber so der Kehr ist schon so nicht der neugierigste. Man nimmt ja in Neuseeland ja auch die ganzen Autos auseinander und so, mit den Dichtungen und Scheibenwischer und weiß der Kuchenbad. Du, das ist ein Beet. Gehst du da mal bitte raus? Da vorne kannst du auch überall hinstehen und gucken. Was? Nein! Au! Weg! 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 Was ist? Au! Freund weg! Kusch! Schön. die richtig sind, sind mit solchen schönen österreich naja, die Schnöße sind viel interessanter ja, nicht beißen gut, er hat Kraft Tilo, ich würde mal Tja zu spät Jeans cool Jeans direkt in die Königsstraße jetzt tut es weh ja genau dann auch ein bisschen grober werden also wenn er grober wird, müssen wir immer ein bisschen grober werden, weil er muss dann schon merken wo die Grenzen sind das war toll oh mein Gott, er öffnet es oh 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 ah oh 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 Vielen Dank.